Wie findest du so Bibi, Dagi und diese ganzen großen YouTuber? Bist du da Fan oder magst du es nicht? Ja, die sind schon in Ordnung. Das ist schon gut für so kleine Bitches, ihr Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Und das ist auf jeden Fall gut, so als für die ganzen kleinen Mädels, die sich sonst in der Disco abschleppen lassen würden für zwei Getränke. Da verdienen die so natürlich über YouTube noch ein bisschen Einnahmen und können dann vielleicht auch mit Fußballern schlafen oder ein anderes Klientel bedienen, nicht das, was sie normalerweise in Angriff genommen hätten. Okay, vielen Dank.